Frau Gimäen sammelt alle. Ja, liebe Heinz See, auch ich begrüße euch recht herzlich. Und ich freue mich zunächst auf die Kenzie. Dann kommt bitte auch die Nathalie nach vorne. Und die Mova. Die Grüße Farie. Okay, ich entschuldige mich schon mal vorab für die Namen, die ich jetzt falsch ausspreche. Farie. Dann Karin. Dann Dunja. Helena kommt bitte auch nach vorne. Ismael. Jasin. Marian kommt zu mir nach vorne und Taya auch der Josef ist dabei Hassan und Mahmoud dann kommt Mahler ich habe den Ahmet vergessen Entschuldigung erst kommt der Ahmet und dann Mahler Leila kommt nach vorne und Jill Selim und Lana S. kommen nach vorne dann kommen Yara und Malaka und wir haben noch eine zweite Hande die Hanna T. oder Tück Rosa und unsere letzten zwei Jade und Astrea und wir haben ja auch noch schnell davor davor Aufford Aufford au